Gut, wir ziehen weiter. Wir wollen ja in die Luka-Ruinen. Vielleicht wird es da und will auf Reagant. Bis jetzt hält sich der Spannungsbogen ziemlich vage. Ja, kämpfe! Ja, komm, wir probieren mal, wenn der L2 macht, was da passiert. Oder warten wir bis zu der Luka-Ruinen? Wir warten bis zur Luka-Ruinen. Die hat aufhauen. Okay, die Prinzessin kann ich nicht. Ist die da dabei? Hä? Moment. Weiß nicht. Weiß nicht. Kategieeeeee. Die ist da aber hier dabei. Hey. Angriffslustig. Schau. Aber die ist doch hier gar nicht zu sehen. Checkt man das? Gruppe? Ist die jetzt dabei? Ah, jetzt ist sie dabei. Warum kann ich nicht mehr an die Gruppe? Gut. Ne, wir probieren es mal. Aber jetzt kann ich sie mal auswählen. Ah, die hat auch hundertprozentig. Okay. Gut. Karte. Können wir eigentlich auch mal die gesamte Karte sehen? Weltkarte. Was? Semen? Was? Gut. Jaé, ich versuche, dass Sie alle mich einfach Palamina die Besuchung mit ihm. Wir müssen nur noch mal der Erstehungskende sein, wir nicht? Ich fühle mich, dass eine begrenUCung von Begegnung der Begegnung wäre es zu sein. Okay. Dann willkommen in der Crew, Palamina. Ich bin froh, dass ich hier bin. Ich komme zu der Crew. Das sind die falschen Flossi. Ich bin spät. Ich bin tot. Ich bin tot. Aber Stufe. 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 Wir hauen ab. Das war nichts. Was ist zu Ende? Stufe 53. Wir müssen hier hochkommen. Hau ab. Grisly! 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 Rätelkeks! Was haben wir denn hier? Stufe 53. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Das sind sie stark. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Das ist eine Frage. Ja, das macht meine Haare aufzübieren. Curious as... I think that lots of people would want to come see such a beautiful place. Do you like historical sites and ruins, Karina? I have studied the topic extensively myself. I'm not so much interested in ruins as I am in seeing everything I can. If I'm on the Alm's pilgrimage, might as well make the most of it. Still, it is pretty. I had no idea there were places like this to explore. I guess I'm lucky to be the Alm after all. What a mysterious place. The plants look so different. I can see why people thought this was a good spot to pray to the spirits, though. Hup! Here's me. I feel threatened to go in place by a backpack. I can't see them before. Mm-hmm. Did he miss anything? Did he miss the game? Das war's für heute. Das war's für heute. Was? Was? Gut. Da geht mal alle rein hier. Was? Power of mana! Why? Is that a bubble? I do not believe you can be in the bubble indefinitely. Be careful. Got some syrup. Karina, may I inquire as to the name of your curious companion? She's called Ramko, and she's my best friend. She even wanted to come with me on the pilgrimage after I was named the Alma Wind. How honorable. It is lovely to make your acquaintance, Ramko. Grizzly! Yes! There is something strange about this butterfly. This is kind of exciting. Is this...? Was? Was for a clock? Time to shine! Thanks for the pick-me-up. Oh no. Time to get to work! Ahhaha, I feel the... Ahhaha. I'm the killer of this. I'll get out of here! Huh? And then... oh great a dead end there's something weird about this water bubble weirder than the obvious I mean perhaps the problems with the water supply pertain to this puzzle what now the device could yet be a deceptive decoy you're not wrong let's keep an eye out on the way stay sharp go now that's quite a lot of us head off well let's get started make use of the water's power we can overcome this what? eh? if you put the water bubble in the middle okay damn hey I'm overbred you I'm overbred you oh he's dead he's dead still dead huh oh 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 i'm out of here Oh Mama, jawohl! Oh Mama, jawohl! Fuck! Rennie! Die sind tot, die anderen? Die sind tot, die sind tot, die sind tot! Ja? Meine Fresse! Fuck! Ich bin tot, die sind tot! Guck! Ich bin tot, die Städte zu nehmen. Es ist wunderschön, dass so eine Städte von Gegenteiln in diesem Raum passieren könnte. Das ist eine Art Art, um uns zu secret... Oh, Moment! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wir sind auf jeden Fall erst mal mit allen geheilt. Wie können wir uns jetzt heilen? Achso, das ist zuvor gut. Okay. Wo ist das? Möglich den Träger? Oh. Was ist das? Wann mal kratsch? Das würde schön. Alle. Meine Verbindung mit den Spirits-Virgen. Ich bin auf Ortis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Finster-Säbel Wie wollen wir? Wollen wir die jetzt ja gar nicht bei uns haben? Ja, scheiß drauf Und jetzt denke ich mal, jetzt wird's rauchen Was ist hier? Mit den Algen? Was? Wie? Warum? This location turned out to be the source of the water's stagnation Was this dastardly deed you're doing? Hmph! You should be on your way to the mana tree and out of my fur by now You put the citizens of Illastana in danger in order to frame Niccolo Why? Simple He stood in the way of my ambitions I would make a much better king than that sniveling brat This small bit of suffering on the part of the people is necessary to achieve my ultimate goal You would sacrifice the well-being of the many for the benefit of the few Gone are the days when Illastana's wealthy could impose their will over the common good Those with the means should have the right to lay down the law to those who lack it That system propelled the capital into the prosperity it sees to this day Perhaps your appointment as Alm is the goddess making her will known After all, you must give up your position and leave the capital She is telling you that you, Queen Palomita, are no longer needed in Illastana There is no higher honor than being chosen as an Alm You're just trying to make excuses for your underhanded plot An honor? An honor to throw your life away for a rotten world of filth You may keep that honor, sir No matter? Now that you have discovered my plan, you must be disposed of Just think, a world that has lost all of its alms What an interesting place that would be D5 mid-seal Oh 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 The compass poses Oh, what? Oh Wee Wee oi 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 Uiuiui Uiuiui Weg Ne Oh was Das ist so bescheuert Oh jetzt gibt das mal einer Snuggle Jetzt gibt es gerne mal einer Snuggle War abgekroben Was ist so bescheuert Die Prinzessin macht gut los! Ist dieser Bumerang mal fertig wieder, hä? Die Prinzessin macht sich nicht an, oder? Das ist der Fall. Die Prinzessin macht sich nicht an, oder? Die Prinzessin macht sich nicht an, oder? Nee, yo. Das ist der Ende der Bedeutung für den Throne. So, du musst dich nicht über deine Reise nach dem Mana-Tree fragen. Fools! Du wirst für deine eigene Destruction auf der Hand von der Mana-Gottes! In Meckler's Belief! Wer ist wirklich der Fool hier? Sieht so, wie ein Verluster, der wünscht er sei, dass er wert genug sein ist. Der Omses Pilgrimage ist eine gewisse Tradition in der ganzen Welt. Wir haben uns entschieden, die Zukunft von den Fähren und die Elemental Spirits. Ihr Leben ist Ihr eigenes Leben, nicht für die Säge von anderen! None of us wollen, zu leben, zu leben. Wir sind ihre Hoffnung für die Zukunft. So, du sagst, dass die Omsen nicht in dieser Welt mit kleinen Reise, wie Leben und Freiheit, sondern eine Empte Existenz? Wasp! Waste den Rest von deinen Schwarzlosen Lives mit der Mana-Tree zu gehen! Nein! Er wurde weg! Lass ihn ihn. Ich werde die Royal Guards mit dem. Wasp! 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 Das ist Arielle! Und Diene! Ich kann sagen, dass du mit deinem Begriff hast, dass du zu deinem Begriff hast. Ja. Ich bin nicht mehr von dem Abdeckten der Throne. Mit dem, Niccolo's gute Name sollte sich zurückkommen. Shall wir zurück nach der Kapitel? Ich bin erabschl. Ich bin erabschl. Undine hat geschaut. Alles ist gut, dass Innsweil nicht. Und ich können die Gemeinde. Okay, da kann ich jetzt quasi... Okay, da habe ich nicht genug. Können wir nicht... Können wir eine kleine Schnellreise machen? Wo müssen wir hin? Ja komm, vielleicht können wir zwischen der Bill fighten. Das sind aber die Starken hier, oder? Ja, die wollen wir nicht. Hina, was ist falsch? Du warst in den Spielen. Warst du verletzt? Oh, nein, nichts so. Du hast deine Aufgabe gemacht und mich beschädigt. All in a day's work. Leave it to me from here on out, Hina. I'm counting on you, Val. My old life... Peace Kate. Oh, Whitehead. Just what I need. Just what I need. Just what I need. Our brawl bore fruit. My thanks. Pardon me, Hina. But you seem a bit pale. Perhaps we should pause to rest? Oh! No, I'm fine. Really? Thank you, Palomina. I shouldn't bother the others. Better keep my worries to myself for now. Uh, what's that here? This is Niccolo. Once the water in the capital began flowing as usual, they cleared me of all charges. I was told that Pissar is on the run, but we can consider this case closed. Father, I would like to introduce my travel companions. It's a pleasure to meet the Convoy of Alms, and to see Mew again, Morley Alm of the Moon. You look surprised. Don't you know that nothing escapes these ears of mine? For my part, I hope the rest of Mew Alms, and Mew Honorable Soulguard, will take good care of Morley and Palomina. Your Majesty, I'm so happy to hear that you've announced your appointment as the Alm of Water. What do you mean by that? Well, Queen Palomina told me in no uncertain terms to keep her status as the Alm a secret. Usually the Alm is named with a ceremony by the fountain. It's a big deal. Without the public announcement, everyone assumed that the Alm wasn't chosen yet. She begged and pleaded with me not to tell anyone. I couldn't tell her no. Both! I apologize for my unwillingness, Fairy. Sounds like the Queen's got a stubborn streak. Ah, the waters of Ilistana are so refreshing. Water? It's good to see you again, Undine. Well, I had to attend my Alm ceremony. And I wanted to be sure to thank everyone again for all of their help in the ruins. Now then, Palomina. Allow me to explain your appointment as the Alm. You have worked hard to give the people of Ilistana a place where all walks of life can come together. You made the capital what it is today. It is the very nature of water to flow. You managed to overcome the stagnated worries in your own heart and move forward. This is no small feat. You have shown the great city of Ilistana the truth behind their water woes. And in doing so, you managed to dispel your fears and do your duty as Queen. Now then, Fairy, if you please. Of course, Undine. Your majesty, Undine has judged you worthy. Water-wise Queen Palomina, by the grace of the Goddess of Mana, I name you the Alm of Water. It would be my privilege. I promise to ensure the continued prosperity of Ilistana by fulfilling my duty as the Alm. Now then, my fellow Alm's. I believe we have a journey to complete. The Alm's of Light and Darkness should arrive in Ilistana shortly. Until then, Mew all have time to enjoy the capital. See the sides. Try the local delicacies. We still get to stay in our rooms at the palace, right? Woohoo! Why do I have to go to the Inn? Aww, poor baby. I'm not a baby. I just wanted to stay together. Oh well, I'll try and be on my best behavior for the Queen. There is no need to go out of your way. From now on, I am simply Palomina, Alm of Water. Ian, I know that with you on the throne, our kingdom will flourish. I will not let you down. I know you will not. I am afraid that I must leave Ian's ascension in your paws, Niccolo. My debt will be repaid with interest, Mew your Majesty. I believe our promise is no longer in peril. Hmm... I suppose that I might need more... instruction on how to govern a kingdom after all. Looking forward to it, Mew your Highness. And so, the Queen was named the Alm. A rare occurrence. But it just goes to show that anyone in the world might be bestowed the honor of joining the pilgrimage, no matter their upbringing. Each Alm is chosen based on their own merits. Will I have the chance to ask Fairy the reason why she chose me? Wonder who the Alms of Light and Darkness will be. They're coming by boat, so I guess we can leave as soon as they arrive. Better make sure we're prepared, just in case. What's Hina up to at the palace? We haven't spent this long apart since we left Tia and Ia. She might be lonely by herself in a strange new place. That settles it. I'll go check on her. So Hina and the others are in the palace. The Alms probably have real fancy rooms at the palace for the night. It's late. But maybe I can still try the front entrance? Whatever. I'll figure it out when I get there. Oh. Why can I don't double jump if I don't fight inside the city? What? Soll ich eigentlich diesen Leuchtturm bewerten mal hier? Der kommt halt nicht, weil der scheißen muss. Gut, hier speichern wir erstmal wieder ab. Und das nächste Mal besuchen wir Hina im Palast und gucken mal, was da so abgeht. Okay.